jo leute wieder ein kurzes video auf jeden fall ist der neue modus spielwiese weg der wurde entfernt weil es da anscheinend zu viele bugs gibt ich habe auch ehrlich gesagt keine ahnung bei mir war auf jeden fall keine bugs zu sehen oder auf jeden fall keine ahnung was da los ist auf jeden fall ist der weg ich habe keine ahnung wann er wieder kommt leute auf jeden fall kurze info für euch falls ihr euch fragt wo dahin ist es liegt an den ganzen bugs leute wie sagen danke fürs zuschauen haut rein oder bis dann